An meiner Lieblingsstelle der Bocholter A. Ja, hier kann ich entspannen, die Ruhe genießen. Jetzt möchte ich von euch wissen, werdet ihr euch hier wohlfühlen? Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und verlinkt meine Seite Robins Leben, damit ich mehr und mehr in Gunst meiner Arbeit bestätigt werde. Und dann schreibt es doch einfach in die Kommentare.